jo freunde willkommen wieder auf meinem kanal maxin der material ist ja wie ihr bemerkt habt gab es jetzt eine woche keine videos das liegt daran weil ich leicht erkältet war also nicht leicht schon etwas toller ich habe mal ab und zu noch husten und bisschen schnumpfen ja aber mittlerweile geht es besser ja auf jeden fall gibt es heute mal weil ich mir spontan nichts eingefallen ist einfach mal wieder clash royal ich dachte das haben wir jetzt länger nicht mehr spielen wir das mal wieder ich würde das jetzt mal ab ich habe hier an dieser links heute teilgenommen ihr habt schon zwei siegen und eine niederlage von drei kämpfen und ja gut ich mache jetzt aber meinen normalen solokampf let's go falls ihr noch andere handy spiele sehen wollt einfach in die kommentare schreiben was es auch haben wollte welche zum beispiel mit jomi tree dash live oder wie das heißt es auch ganz cool gut pecker hexenbusch da haben sie es wieder weißt du ich habe gerade noch ferien scheiße das ist wohl gut gelaufen danke ich habe jetzt schon etwas länger wieder kein klatsch vorher gezockt ich hatte einfach keine lust außerdem war ich wie schon gesagt für zehn tage in regarien im urlaub scheiße ich werde das hier mega shit was ist das hilfe leute ich verkack das mega egal wir spielen ja noch eine zweite runde hoffentlich gewinne ich dann weil ich habe jetzt länger nicht mehr gezockt weil ich auch weil ich auch galen war aber galen war schon geiler urlaub muss ich sagen wir sind mit wiss er von köln geflogen sind dann war airport gelandet flug war hängt 2 15 zurück 2 zurück war 2 25 stunden ja und das war schon noch ein kampf ja galen war ganz nice wollt ihr noch so ein video haben wollt mein urlaub in bulgarien kann ich ja noch schneiden paar fotos videos so rein machen ja wir ganz cool vielleicht mache ich das noch vergiss nicht mein kanal kostenlos zu abonnieren und liked glocke aktivieren fände ich ganz cool seit wann benutzen jetzt alle pk wieder vielleicht ist meine stimme anders weil ich auch noch schnupfen habe und leicht husten wie schon gesagt manchmal noch scheiße ich bitte gewinne ich ja ich habe gewonnen ich habe da gar nichts gemerkt dass er das schon so weit ist ich sagte doch die nächste runde gewinne ich okay dann können wir gleich noch ein kampf machen wie dieser sepp magier immer sein gesicht aussieht elektro ist jetzt habe ich den früher immer genannt pecker und mini pecker push und dazu jetzt war der geist nach nein bulgarien war schon guter urlaub doch das war schon mega geil mir hat es mega gefallen ich hab da sogar einen bulgarischen freund das ist jetzt mein kumpel kennengelernt aber natürlich kein kontakt gar nichts wisst ihr wie ich jetzt leute wisst ihr wie wir uns unterhalten haben google übersetzer nice war das ist geil gewesen ey der war schon korrekt ne muss man ganz sagen ey leute sogar in bulgarien kennen die kapital bra ey der so hat kapital bra auf youtube geguckt also nicht geguckt also halt seine musik gehört sogar eminem kennen die da noch kein eminem würde mich nicht wundern aber kapital bra junge was ist das also ich persönlich hören den nicht und eminem nur ein lied und zwar use yourself oder wie das heißt und ab und zu auch mal ein anderes aber schon länger nicht mehr gut scheiße keine müde zeit langsam push anzuwenden statt jetzt die ganze zeit zu verkacken ich persönlich selber höre eigentlich nur russische musik aber ein bisschen verstehen ja bulgarer russisch tja wenn man das schwarze meer überquert so recht russland sachi gegenüber wo wir waren wäre dann sachi gewesen hm 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 und irgendwie vermisse ich den weil der war wirklich cool setz jetzt mal tornado falls was ist let's go scheiße scheiße komm komm jetzt brauche ich irgendwas sepp oder so schiff 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 ja ich habe gewonnen wo gute spiel j nicht schlecht guck leute man kann immer noch gewinnen ey jetzt öffne ich schöne truhe hier lektierpumpe ja leute das war schon mit dem video lasst gerne ein like abonniert meinen kanal folgen jetzt hier eingeblendet dann sehen wir uns beim nächsten video lasst euch gut gehen